heil sein jetzt elf minuten für dein glück warum bist du eigentlich hier was willst du wirklich in der tiefe deines seins du willst lieben und dich geliebt fühlen du willst frieden haben freude erleben und glücklich sein lass es uns heil sein nennen du willst sein und das am liebsten jetzt und für immer die mittel von denen du dachtest sie würden dir helfen dieses ziel zu erreichen funktionieren offensichtlich nicht sei ehrlich hier und jetzt will ich dir einen schnellen und sicheren schlüssel vermitteln der funktioniert zunächst wollen wir unser ziel etwas genauer betrachten heil sein ist der ort in dir in dem die liebe zu hause ist in dem dauerhafte frieden wohnt in dem freude und glück dein natürlicher seinszustand ist dieser ort hat ewiges leben also keinen anfang und kein ende hier gibt es kein leiden und keinen tod dieser ort ist dein ziel dieser ort ist dein wahres selbst das was du wirklich bist in deinem wahren selbst bist du immer vollkommen heil und ganz dein wahres selbst ist nicht dein menschsein es ist kein körper dennoch ist es dir näher wie deine eigene hand die du dir vor augen hältst alles was du brauchst um es zu erschließen ist den richtigen schlüssel hier ist er du wirst jetzt gebeten ein paar dinge loszulassen sei beruhigt denn alles was du jetzt loslassen wirst kannst du wenn wir fertig sind wieder aufnehmen du musst dich also nicht endgültig davon trennen nur für ein paar minuten ein paar minuten für dein wahres selbst für dein so sehr ersehntes glück schließe jetzt deine augen nun vergiss deine gesamte vergangenheit lass alles los woran du noch hängst alles dem du einen wert beim ist vergiss alles was dir je angetan wurde oder was du jemandem angetan hast löse dich innerlich von all deinen beziehungen sowohl von denen die die lieb und teuer sind als auch von denen in denen du gerade konflikt erlebst löse dich auch von deinem bankkonto lass deinen körper eventuelle schmerzen sowie gedanken um krankheit und gesundheit los vergiss alles was du dir wünschst auch deine hoffnungen lass all deine vorstellungen von der zukunft schwinden vergiss alle bilder die du über dich selber hegst sowie alle bilder die du dir von der welt und auch von gott je gemacht hast und noch machst vergiss alles was du jemals gelernt hast lass los was du für wahr oder falsch gut oder richtig hältst gib auf was du zu wissen glaubst sei ganz und gar leer wisse nichts sei nichts sei still und komm mit völlig leeren händen zu gott jetzt für fünf minuten in 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 Vielen Dank. 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 Auf jeden Fall täglich. Es ist immer zugänglich. Wenn du es nur willst. Es ist absolut zuverlässig. Dein Vertrauen, dein Vertrauen darin ist vollkommen gerechtfertigt. Es wird dich, es wird dich, weil es wird, weil es die Liebe ist, weil es die Liebe selber ist. Liebe ist, was du wirklich bist. Sei gesegnet. Amen.